Die Tilgungszuschüsse zu kürzen, ist der absolut falsche Weg. Alles, was uns das Bauen schwerer macht, bringt uns an diese Grenze, wo es kalkulatorisch nicht mehr darstellbar ist. Also ich kann nicht sehnten Auges in ein Verlustgeschäft reingehen, ich kann nicht Wohnungen mit Verlust bauen. Wir haben einen Förderantrag im Moment laufen und die Gerüchteküche sagt, dass der dann schon, obwohl er schon eingereicht ist, dass der dann schon nach den neuen Kriterien beurteilt werden kann. Und das geht natürlich überhaupt nicht, weil wir ja auf einer ganz anderen Basis kalkuliert, verkauft, versprochen haben. Und wir brauchen ja eine gewisse Verlässlichkeit, dass die Dinge, die gestern noch galten, morgen auch noch gelten. Speziell die Tilgungszuschüsse, das ist was, was uns richtig wehtun würde, weil das etwas ist, was die Wirtschaftlichkeit doch richtig nach vorne bringt. Und ob im Gegenzug die angedachte Erhöhung der Mieten ausreichen wird, um das zu kompensieren. Also bei den meisten Projekten, die wir jetzt mal so durchgerechnet haben, ist das nicht der Fall. Das ist das nicht der Fall. Untertitelung des ZDF, 2020